Wir sehen hier das Samsung F700 Q-Ball. Es hat eine VGA-Kamera zu Videotelefonie und eine 3 Megapixel-Kamera. Und genau die wollen wir jetzt mal testen. Über einen Shortcut hier oben gelangt man zur Kamera, der aber nicht immer funktioniert. Eigentlich jetzt, jetzt hat es geklappt. An der Seite sehen wir auch schon sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, dass wir jetzt in der normalen Kamera sind und die Bildgröße und auch, dass der Blitz auf automatisch gestellt ist. Diesen kann man hier an der Seite auch mühelos verstellen. Durch einmaliges Drücken ist er dann weg oder an oder halt automatisch. Hier unten haben wir den Selbstausbilder, der ist zur Zeit aus. Man kann auch 3 Sekunden einstellen, 5 oder auch 10. Hier an der Seite sind die weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel zur vorderen Kamera wechseln oder den Aufnahmemodus feststellen. Zum Beispiel eine Einzelaufnahme oder dass er mehrere Aufnahmen hintereinander macht. Weiterhin den Suchermodus, also breit mit Symbolen oder breit ohne Symbole oder das Normale. Weiterhin die Größe, die Effekte, zum Beispiel schwarz-weiß, sepia oder negativ. Und auch den Weißabgleich. Und jetzt wollen wir mal ein Testfoto machen. Hier oben auf dem Auslöser einfach lange draufdrücken und dann macht er das Foto auch schon. Die Qualität ist wirklich ganz gut. Die Streifen liegen natürlich an unserem Licht. Man kann das dann auch hier, sieht man auch gleich das Nachrichtensymbol, es verschicken. Und jetzt schauen wir uns die Videokamera ein bisschen näher an. Hier an der Seite sieht man auch schon, dass sich die Symbole verändert haben. Hier oben ist jetzt das Videokamera-Symbol und auch ein Lautsprecher, also das er mit Ton aufnimmt. Hier kann man auch weitere Einstellungen angucken, zum Beispiel den Aufzeichnungsmodus, also das ist ja die Größe für eine MMS-Größe begrenzt oder dass das Video so lange gehen soll, bis der Speicher voll ist. Das Mikrofon kann man ein- und ausschalten. Auch die Effekte, wie bei der anderen Kamera, sind einzustellen und auch der Weißabgleich. Dann machen wir ein Testvideo. Da unten sieht man auch schon die Größe des Videos. So. Okay, jetzt. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, er hat mit Ton aufgenommen, wie er es in der Zeit auch schon angezeigt hat. Und die Qualität ist, ja, ist ein bisschen pixelig, aber man hat ja auch schon vorhin bei den Einstellungen gesehen, dass es nur eine Auflösung von 176 x 144 Pixeln hat. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.